Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Sommerlounge. Alle reden davon, und da haben Sie recht, wir haben zu wenig Junge rauszuholen. Da hätten wir jetzt gerne eine Gewerbefläche drauf gemacht. Hätten gerne gemacht. Es wurde dann eine Zauneidechse gefunden. Besser gesagt, mehrere dieser Exemplare, jetzt lachen Sie alle. Wie sich auch der Wirtschaftsbeirat München heute mitveranstalter ist. Und vor allem, meine Damen und Herren, weil ich im Gewerbe diese Ziele geht, wenn Sie selber Unternehmer sind, teilen Sie das vielleicht. Wenn Sie Unternehmer waren und immer noch vernetzt sind mit Aktiven, erleben Sie das auch. Ich werde in den letzten Wochen wie noch nie angesprochen von Unternehmern auf die katastrophale wirtschaftliche Entwicklung und auf die katastrophale Wirtschaft. Ich werde in den letzten Wochen wie noch nie angesprochen von Unternehmern auf die katastrophale wirtschaftliche Entwicklung und auf die katastrophale wirtschaftliche Entwicklung. Untertitelung des ZDF, 2020